**Run ger nursery **T szyb Spr 마무�まず** Moin sind meine freunde wir reden alle über ein Minecraft Thema weil meine Abonnenten halt meins connect geschrieben und ich wundere warum ich gerade so komisch klinge aber wir haben so ein dreichen das Video gerade drauf ich kann vielleicht gerade ein screenshot einblenden oder so ich weiß nicht ob ich es vergesse aber ich werde das Video sofort blenden und dann hoffe ich weiß nicht warum hier gerade im Hintergrund Battlefield 3 ist aber komm leck mich doch am Arsch man das ist ein Minecraft Minecraft Tag und ich habe Battlefield im Hintergrund noch klar jo ähm es wird halt keine Ahnung warum das gerade sondern lebt man aber jo wir haben ein paar Abonnenten im Skype geschrieben dass Leute rundes Sender ähm das halt ähm manche halt die hessen halt auch Steven die hessen halt Steven irgendwas und die haben halt viele Leute im Chat geschrieben äh kann das sein dass ähm du Steven Gaming AP bist wir haben sieben nein aber ich kenne ihn ja wir haben halt viele viele erkennen mich halt in Minecraft Spiel und warum oder weshalb und ja die Frage ist halt wisst ihr überhaupt wie ich in Minecraft heiße ich hatte ja ich weiß dass ich früher mit Steven der Erste gespielt hatte ja ich heiße halt Steven Gaming AP ist hier nicht mehr Steven der Erste wenn ihr jemand mit Steven der Erste seht das ist der Typ der mein Minecraft verkauft hat und ja wir spielen jetzt erstmal ein bisschen Sniper weil wir es können ein Swag haben und ich kein Leben hab auf diese Map und diese Map im Detail sinnlos ist zu snipen aber scheiß doch Achtung der Feind hat eine Ladung platziert Kombo ich kenne die Map nicht mal aber scheiß doch weil ich keine großen Maps spiele Achtung der Feind hat die Ladung platziert Ich bin so gut wie schon Problem in dem Wasser AAAaah wie schlecht crap ...wir haben als Einsatzziel verloren ... ... das würde ich mal so sagen aha aha bist du cool und da muss dann ein bisschen ich gehe der battlefield mit meinem freund hat es aufnehmen Alles klar, können wir alles machen. Mach ich lieber Billefieb 3 mehr als 4. Mein Kratzgrad. Ach, das ist die. Oh, ey, das ist so schlimm. Das ist mir gerade alles. Dann werden wir irgendwann mal was sacken. Oh. Ich kenne die mir überhaupt nicht kennen, das ist die mir vermachbar. Ich glaube nicht. Das ist einfach ein bisschen. Achtung, der Fall hat das Einsatzziel scharf gemacht. Wir müssen es entschärfen. So. Das will ich nicht so großartig machen. Wenn du zum Panzer bist. Ich komme jetzt hierher rum. Ich weiß echt nicht mehr, die ist ohne. Ich weiß nicht mehr, die ist ohne. Ich will einfach nicht drauf. Ich will da zu flippern. Ach, weg mich. Ja, A1 94. Ich witz' aber von so, ne? Kennt ihr jeder? Oh, ich will die auch haben. Ich wies auch nicht auf welchen Level man die kriegt. Okay. Der ist auf jeden Fall Medi. Sehen Sie sich da. Er ist jetzt die Butch-Camera da oben, Alter. Ich versuche mal jemanden so richtig assig zu snipen. Ich habe gerade Bock drauf. Ich kann hier nicht snipen. Oh, nice. Oh, das so großartig ist. Oh, jetzt wir hier sind hier aus. Ich will nicht auf keinen Fall hopen. Ach, das ist auf jeden Fall. Oh, nicht auf jeden Fall. Oh, nein. Ich will nicht auf jeden Fall. Ach, das ist auf jeden Fall zurück. Ich bin schärft, du. Ich bin schärft, du. Jetzt ja laufen übelst viel lang, alter. Maaaannn! Deswegen hasse ich große Naps, alter. Weil ich da nie durchziehe. Wenn ich snipen will, versäuchte ich wie nur meine KD. Leck mich, ganz ehrlich. Was sind das für Noobs, alter? Ombreys. Ja gut, wie gesagt, ne. Mein Ingen-Name ist TeamGamerP oder so. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein, ciao. Sinnloses Video, aber tschüss.